Kommunistische Organisation Grundlagenschule Kapitel 4.3 Kapital, Mehrwert und Lohnarbeit Wir haben also gesehen, dass Waren nichts anderes sind, als für den Verkauf produzierte Gebrauchswerte. Der Verkauf einer Ware bringt dem Verkäufer eine bestimmte Geldsumme ein. Nun strebt man aber normalerweise nicht deshalb nach möglichst viel Geld, weil man gerade darin badet. In einer Gesellschaft, in der das Wertgesetz bereits durchgesetzt ist, wird Geld angestrebt als ein Mittel, mit dem man allgemeinen Zugriff auf den gesellschaftlichen Reichtum in all seinen Formen erhält. Es gibt kaum etwas, das von Menschen hergestellt wurde und nicht mit Geld zu kaufen ist. Der Verkauf von Waren gegen Geld ist also nur der erste Schritt. Der zweite Schritt besteht in aller Regel darin, mit diesem Geld wieder andere Waren zu kaufen, mit denen dann Bedürfnisse befriedigt werden. Zum Beispiel, ein Schuster verkauft Schuhe, dann geht er mit dem Geld auf den Wochenmarkt und kauft Nahrung für sich und seine Familie. Das lässt sich als Formel folgendermaßen darstellen. Ware, Geld, Ware oder kurz WGW. Diesen Vorgang nennt man einfach Warenzirkulation. Ebenso möglich ist aber die Bewegung Geld-Ware-Geld, also GWG. Also der Kauf einer Ware, um sie wieder zu verkaufen. Ist das einfach nur dasselbe aus einer anderen Perspektive? Nein, denn das Ziel ist in der zweiten Formel ein grundsätzlich anderes als in der ersten. Im ersten Fall war das Ziel, des ganzen Vorgangs am Ende eine Ware zu erhalten, mit der Bedürfnisse befriedigt werden können. Im zweiten Fall steht am Ende aber keine Ware, sondern eine Geldsumme. Ergibt es irgendeinen Sinn, wenn ich eine Summe Geld ausgebe, um am Ende des ganzen Prozesses wieder mit einer Summe Geld dazustehen? Die Antwort liegt auf der Hand. Sinn ergibt das nur dann, wenn die Geldsumme am Ende des Austauschprozesses größer ist als die am Anfang. Um diesen Unterschied, diese größenmäßige Differenz auszudrücken, stellen wir das in der folgenden Formel dar. GWG' Wobei das G' dafür steht, dass dem Händler am Ende eine größere Geldsumme zufließt als am Anfang. Wie können wir uns diesen Vorgang in der Realität vorstellen? Wahrscheinlich denkt man als erstes an die Möglichkeit, eine Ware zu kaufen, die man dann teurer wieder verkauft. Wenn unser Schuster seinen Beruf wechselt und stattdessen einen Schuhladen aufmachen würde, könnte er Schuhe bei den Schustern kaufen und sie für einen höheren Preis an seine Kunden verkaufen und so als Händler seinen Lebensunterhalt verdienen. In diesem Fall wäre aber offensichtlich kein neuer Wert entstanden. Der Händler kauft ja Gegenstände, die bereits existieren, und verändert sie vor dem Verkauf nicht. Das bedeutet auch, dass es zwar möglich ist, dass bestimmte Menschen Geld dadurch verdienen, dass sie billig kaufen und teuer verkaufen, dass es aber unmöglich ist, dass die Gesellschaft insgesamt dadurch reicher wird. Denn was der eine auf diesem Wege mehr verdient, verliert der andere ja dadurch, dass er einen Preisaufschlag zahlen muss. Unternehmen beruhen aber ja gerade darauf, dass sie Profite machen. Würden diese Profite immer nur daher kommen, dass irgendjemand beim Tauschen übervorteilt oder hintergangen wird, wäre die Wirtschaft nur ein riesiger Umverteilungsprozess, bis schon nach kurzer Zeit sämtliche Reichtüme bei ein paar Händlern gelandet sind und alle anderen nichts mehr haben. Ein Blick auf die Wirklichkeit zeigt dagegen, dass es irgendwie möglich sein muss, neuen Wert zu schaffen, den sich die Unternehmen dann als Profit aneignen können. Wo entsteht also in dem Prozess GWG' der Profit? Es gibt nur eine Möglichkeit, wie beim Tauschvorgang GWG ein Gewinn herausspringen kann, ohne dass es zu ungleichem Tausch kommt. Mit dem Geld vom Anfang muss eine Ware gekauft werden, die den besonderen Gebrauchswert hat, Wert zu schaffen. Erinnern wir uns daran, dass der Ursprung des Wertes, wie wir an früherer Stelle gelernt haben, allein in der menschlichen Arbeit liegt. Eine Ware, die Selbstware schafft, kann also nur eine einzige Sache sein, die menschliche Arbeitskraft. Was bedeutet es, dass die Arbeitskraft eine Ware ist? Das bedeutet, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen ihre Arbeitsfähigkeit gegen Geld zur Verfügung stellen. Oder anders gesagt, es gibt Menschen, die für einen Lohn arbeiten gehen. Sehen wir uns an, was jetzt passiert. Der Schuster, von dem eben die Rede war, will sein Geschäft ausweiten und einen weiteren Arbeiter einstellen. Dieser stellt nun zehn Stunden am Tag Schuhe für seinen neuen Chef her. Das Material, mit dem er arbeitet, kauft natürlich der Besitzer des Betriebs. Und die Endprodukte gehören ebenfalls dem Besitzer. Wenn er sie verkauft, gehört ihm auch der Erlös. Der Arbeiter hat für seine Arbeit dagegen nur seinen Lohn erhalten. Wovon hängt es nun ab, wie hoch dieser Lohn ist? Wir wissen, dass der Arbeiter zehn Stunden am Tag arbeitet. Wenn wir davon ausgehen, dass der Arbeiter über eine durchschnittliche Geschicklichkeit und Ausbildungsniveau verfügt, heißt das, dass er am Tag einen Wert von zehn Stunden gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit produziert. Diesen durch die Arbeit des Arbeiters neu geschaffenen Wert nennt Marx den Neuwert. In Geld ausgedrückt könnten das zum Beispiel zehn Euro pro Stunde sein, also hundert Euro am Tag. Die Waren, die er produziert, sind dabei natürlich insgesamt mehr wert als dieser Neuwert von hundert Euro. Denn bei der Herstellung wurden ja Materialien verbraucht, zum Beispiel Leder, die auch schon einen gewissen Wert hatten, da in ihnen ja auch schon Arbeitszeit steckt, der jetzt auf das Endprodukt übergegangen ist. Das ist aber an dieser Stelle nebensächlich. Es wurde nur der Vollständigkeit zahlbar dargestellt. Uns interessiert, wie der neu geschaffene Wert nun auf den Arbeiter und den Eigentümer des Betriebs aufgeteilt wird. Der Besitzer des Betriebs kann nun seinem Arbeiter nicht den gesamten Neuwert von hundert Euro auszahlen, den er geschaffen hat. Wenn der Arbeiter hundert Euro neuen Wert geschaffen hat und seinen Lohn ebenfalls hundert Euro beträgt, geht der Eigentümer leer aus. Er macht keinen Gewinn. Er wird dem Arbeiter also einen Lohn zahlen, der deutlich niedriger ist als diese hundert Euro. Der Betriebseigentümer zahlt dem Arbeiter also nicht den Wert seines Arbeitsproduktes oder den gesamten neu geschaffenen Wert aus. Was aber bezahlt er ihm dann? Er bezahlt nicht die produzierten Waren, sondern die Arbeitskraft des Arbeiters. Er kauft für einen bestimmten Zeitraum, in unserem Beispiel 10 Stunden, die Fähigkeit des Arbeiters zu arbeiten. Weil damit die Arbeitskraft und auch die Rohstoffe bereits das Eigentum des Betriebseigentümers sind, ist automatisch auch das Produkt der Arbeit sein Eigentum. Wie hoch ist nun der Wert der Arbeitskraft, also der Arbeitslohn? Der Arbeiter muss ja auch in Zukunft weiterhin arbeiten können und dafür muss er von seinem Lohn seine lebensnotwendigsten Bedürfnisse befriedigen können. Zudem muss es auch in Zukunft Arbeiter geben, die für einen Lohn ihre Arbeitskraft zum Verkauf anbieten. Deshalb muss der Lohn auch ausreichen, um die Kinder des Arbeiters zu ernähren und ihnen die notwendige Ausbildung zu ermöglichen. Die Höhe des Lohns ist also bestimmt durch die Reproduktionskosten der Arbeit. Was das genau bedeutet, dazu werden wir in ein paar Absätzen kommen. Nehmen wir also zum Beispiel an, ein Stundenlohn von 5 Euro würde diesen Zweck erfüllen. Dann bekommt der Arbeiter am Tag 50 Euro für seine Arbeit, obwohl seine Arbeit einen Wert von 100 Euro geschaffen hat. Die übrigen 50 Euro behält der Eigentümer des Handwerks als Gewinn. Diese Differenz zwischen dem neu geschaffenen Wert und dem Wert des Arbeitslohn nennt man Mehrwert. An dieser Stelle genügt es zu sagen, dass der Profit oder Unternehmergewinn nichts anderes ist als Ausdruck dieses Mehrwerts in Geldform. Die Quelle des Mehrwerts ist die Ausbeutung. Erinnern wir uns, Ausbeutung heißt nicht, dass eine Arbeit besonders unmenschlich ist, während andere Jobs angenehmer sind. Ausbeutung bezeichnet einfach die Tatsache, dass der Arbeiter für seine Arbeit weniger ausgezahlt bekommt, als er an Wert geschaffen hat. Der Wert der gesamten Ware setzt sich jetzt so zusammen. Wert der verarbeiteten Materialien und Rohstoffe plus Wert des Arbeitslohns plus Mehrwert Kapitel 4.3.2 Arbeitstag und Arbeitslohn Der Arbeitstag des Arbeiters lässt sich auch unterteilen. Ein Teil des Tages arbeitet der Arbeiter für sich selbst. Er stellt den Wert des Arbeitslohns her, den er später bekommen wird. Einen anderen Teil des Tages arbeitet er für jemand anderen und schafft Mehrwert. Anders als im Feudalismus, wo teilweise der leibeigene Bauer eine bestimmte Anzahl Tage auf seinem eigenen Feld arbeiten durfte, dann aber einige Tage pro Monat Frohendienst auf dem Acker des Herren verrichten musste und damit die Ausbeutung klar sichtbar war, ist sie im Kapitalismus eben nicht unmittelbar ersichtlich. Denn der Arbeiter verkauft seine Arbeitskraft für den ganzen Arbeitstag. Es sieht also oberflächlich betrachtet so aus, als würde der Arbeiter für den ganzen Arbeitstag bezahlt. In Wirklichkeit arbeitet er aber nur einen Teil des Arbeitstages für sich selbst, für die Reproduktion seiner Arbeitskraft, während er einen anderen Teil des Tages über für denjenigen arbeitet, der ihn eingestellt hat. Würde der Arbeiter wirklich den ganzen Tag nur für sich arbeiten, gäbe es auch keinen Mehrwert. Die Ausbeutung ist im Kapitalismus also nicht unmittelbar sichtbar, sie muss erst durch die wissenschaftliche Analyse enthüllt werden. Aber in beiden Fällen, im Kapitalismus wie im Feudalismus, ist die Ausbeutung deshalb überhaupt erst möglich, weil die Produktivkräfte so weit fortgeschritten sind, dass ein Mensch an einem Tag mehr produzieren kann, als er zum Überleben braucht. Widerspricht all das nicht der Annahme, dass die Waren zu ihren Werten getauscht werden? Wurde der Arbeiter nicht um den vollen Wert seines Arbeitslohnes betrogen? Nein, nach den Gesetzen des Kapitalismus wurde er das nicht. Denn der Arbeitslohn entspricht tatsächlich dem Wert der Arbeitskraft. Der Wert einer Ware ist die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die zu ihrer Produktion notwendig ist. So ist es auch bei der Arbeitskraft. Der Wert der Arbeitskraft, der als Lohn ausgezahlt wird, ist das, was zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendig ist. Reproduktion der Arbeitskraft bedeutet einerseits die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, also die Ernährung des Arbeiters und seiner Familie, seine Erholung, medizinische Versorgung und was er braucht, um weiterhin als Arbeiter funktionieren zu können. Andererseits umfasst es auch die Kosten für die Ausbildung der Arbeitskraft, also Schule, Berufsausbildung und so weiter, sofern der Arbeiter diese selbst bezahlen muss. Was genau alles zu den Reproduktionskosten der Arbeitskraft dazugehört, ändert sich je nach Land und historischer Epoche. Gehörte für einen einfachen Fabrikarbeiter in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts kaum mehr als das nackte Überleben in einem Elendsviertel dazu, umfasst die Reproduktion der Arbeitskraft heute auch die Miete für die Wohnung, die Kosten für Strom und Heizung, das Benzin für das Auto, mit dem man zur Arbeit fahren muss und so weiter. Musste der Arbeiter Mitte des 19. Jahrhunderts für seine Arbeit nicht einmal lesen und schreiben können, setzen heute viele Arbeitsverhältnisse, eine längere Ausbildung oder gar ein Studium voraus. Außerdem Kenntnisse mit Computern oder Fremdsprachen und einiges mehr. Marx spricht davon, dass die Wertbestimmung der Arbeitskraft anders als bei den anderen waren, eine Zitat Anfang historisches und moralisches Element Zitat Ende enthalte, denn welche Lebensbedürfnisse der Arbeiter hat, ist Zitat Anfang selbst ein historisches Produkt und hängt daher größtenteils von der Kulturstufe eines Landes unter anderem auch wesentlich davon ab, unter welchen Bedingungen und daher mit welchen Gewohnheiten und Lebensansprüchen die Klasse der freien Arbeiter sich gebildet hat. Das Kapital Tatsächlich finden wir in der Realität viele Beispiele dafür, dass das Kapital den Lohn auch unter den Wert der Arbeitskraft drücken kann und den Arbeitern dann nicht einmal genug zum Überleben zahlt. Wenn es ein Überangebot an Arbeitskräften gibt, also Arbeitslosigkeit, bestehen für den Kapitalisten viele Möglichkeiten dazu. Aber selbst wenn die Arbeiter es schaffen, ihre Arbeitskraft zu ihrem Wert zu verkaufen, ist der Lohn eben in der Regel nur an der Arbeitsfähigkeit des Arbeiters bemessen, reicht aber noch lange nicht für ein gutes Leben und die Befriedigung der weitergehenden Bedürfnisse des Arbeiters. Die Lohnarbeit ist für den Arbeiter also keineswegs eine glückliche Lage, sondern im Gegenteil Ausdruck der Abhängigkeit von einem Lohn, der nicht nach den Bedürfnissen eines menschenwürdigen Lebens bemessen ist. Der Lohn ist zudem so niedrig, dass er einigermaßen zuverlässig garantiert, dass der Arbeiter nie etwas anderes sein wird als ein Arbeiter. Weil er nur das Existenzminimum abdeckt, ist es nicht möglich, so viel davon anzusparen, bis man irgendwann ausgesorgt hat oder gar ein eigenes Unternehmen gründen und dann von der Arbeit anderer leben kann. Bevor wir zum Mehrwert und der Ausbeutung zurückkehren, lohnt es sich, über einen Aspekt gesondert nachzudenken. Dass die Arbeitskraft eine Ware ist, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Über den größten Teil der Menschheitsgeschichte war sie das nicht oder nur in vereinzelten Fällen. Solange der allergrößte Teil der Menschheit entweder Substistenzwirtschaft betrieben hat, das heißt Landwirtschaft, in der man für sich und seine Familie das Lebensnotwendigste produziert, oder im Feudalismus Leibeigene, die keineswegs die Freiheit hatten, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, war die Arbeitskraft keine Ware. Auch die Sklaverei war etwas anderes. Hier verkaufte nämlich der arbeitende Mensch nicht seine Arbeitskraft als Ware, sondern er war Selbstware, die man kaufen oder verkaufen konnte. Damit die Arbeitskraft zur Ware wird, müssen also bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens müssen bestimmte Menschen sich überhaupt erstmal veranlasst sehen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und sich ausbeuten zu lassen. Denn solange sie durch ihre eigene Arbeit leben können, zum Beispiel als Bauern oder Fischer, haben sie meistens keinen Grund, eine Lohnarbeit anzunehmen, bei der sie nur einen Teil ihres Arbeitsprodukts als Lohn zurückerhalten. Die erste Voraussetzung ist also, dass es genügend Menschen gibt, die keine Subsistenzmittel, wie zum Beispiel einen kleinen Bauernhof, besitzen. Sie dürfen nichts besitzen, außer ihre Arbeitskraft, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zweitens müssen diese Menschen aber auch in der Lage sein, ihre Arbeitskraft auf dem Markt zu verkaufen. Sie dürfen also keine Sklaven oder Leibeigenen sein, die gezwungen sind, für einen Herrn zu arbeiten. Marx spricht deshalb davon, dass die Arbeiter im Kapitalismus doppelt frei sind. Frei von allen Subsistenzmitteln und juristisch frei, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, an wen sie wollen. Diese Art von Freiheit ist gegenüber der direkten Unterdrückung im Feudalismus und der Sklavenhalter Gesellschaft tatsächlich ein Fortschritt. Wirkliche Freiheit in dem Sinne, dass ein Mensch sich gemäß seinen Bedürfnissen entwickeln und sein Leben gestalten kann, ist sie allerdings nicht, sondern sogar eine massive Beschränkung dieser Freiheit. Diese Voraussetzung, also dass es eine Klasse von Menschen gibt, die von allen Produktionsmitteln getrennt sind, war historisch nicht immer schon gegeben. Vor der Entstehung des Kapitalismus bestand ein Großteil der Bevölkerung aus Bauern, die auf einem kleinen oder mittelgroßen Stück Land, ihr ihren Lebensunterhalt verdienten. Als der Feudalismus durch die Entstehung der neuen kapitalistischen Produktionsweise aufgelöst wurde, ging dies auch damit einher, viele Bauern von ihrem Land zu trennen und sie dadurch in die Städte zu treiben und zur Lohnarbeit zu zwingen. Diesen Prozess nannte Marx die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals. In England beispielsweise lief er durch brutale staatliche Gewalt ab, mit der die Bauern unter Androhung der Verstümmelung oder der Todesstrafe in das Fabriksystem gezwungen wurden. In den Kolonien in Amerika, später auch in Afrika und Asien, ging die Enteignung der indigenen Bevölkerung mit massenhaften Völkermord einher. Marx schreibt darüber, dass das Kapital von Kopf bis Zeh aus allen Poren Blut und Schmutz triefend, Zitat Ende, zur Welt gekommen sei. Der Prozess der ursprünglichen Akkumulation findet jedoch nicht nur beim historischen Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus statt, sondern auch während der kapitalistischen Epoche sogar bis heute. Auch heute noch werden in vielen Teilen der Welt Kleinbauern enteignet und von ihrem Land vertrieben, um ihr Land zum Beispiel kapitalistischen Agrar- oder Bergbaumonopolen verfügbar zu machen oder um die Menschen zur Lohnarbeit in den Städten zu zwingen. Der Kapitalismus entstand also durch brutale staatliche Gewalt gegen die Volksmassen und hat seinen gewalttätigen Charakter bis heute weiter verstärkt. Kapitel 4.3.3 Kapital Der Mehrwert beruht also darauf, dass es im Kapitalismus eine Klasse von Menschen gibt, die keine andere Wahl haben, als ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Gekauft wird die Arbeitskraft nur, weil der Käufer glaubt, damit einen Profit machen zu können. Was passiert aber nun mit diesem Profit? Ein Teil des Profits wird der Eigentümer des Betriebs dafür nutzen, um sich und seine Familie ernähren zu können. Beschäftigt er nicht nur einen, sondern viele Arbeiter und kann er sich einen entsprechend großen Mehrwert aneignen, muss er selbst gar nicht mehr arbeiten, sondern kann allein von den Einkünften aus der Ausbeutung fremder Arbeitskraft leben. Der übrige Teil des Profits wird dagegen wieder in die Produktion investiert, beispielsweise um neue Maschinen und Technologien zu kaufen oder die Produktion auszuweiten, zum Beispiel durch ein neues Fabrikgebäude. Dieser Mehrwert, der erneut investiert wird, verwandelt sich damit in Kapital. Oft wird das Kapital mit Geld im Allgemeinen verwechselt. Das ist jedoch falsch. Weder ist Geld an sich Kapital, noch ist Kapital immer Geld. Die Fähigkeit, sich in Kapital zu verwandeln, ist nur eine der Funktionen des Geldes im Kapitalismus. Kapital ist sich selbst verwertender Wert. Also Wert, der investiert wurde, um Mehrwert zu schaffen. Dieser Mehrwert kann dann neu investiert werden, um neuen Mehrwert zu schaffen. Der Eigentümer des Kapitals, der das Kapital investiert, um sich den Mehrwert anzueignen, heißt Kapitalist. Der einfache Kreislauf des Kapitals sieht also folgendermaßen aus. Geld wird zum Kauf von Waren verwendet, genauer gesagt von Arbeitskraft und Produktionsmitteln. Mit diesen beginnt nun die Produktion, in der neuer Wert geschaffen wird. Die produzierten Waren haben also einen höheren Wert als die Waren, die zu Beginn in den Produktionsprozess eingegangen sind. Die Produkte werden nun verkauft. Das Geld, das der Kapitalist für sie erhält, ist eine größere Summe als das Geld, das er in die Produktion investiert hat. Als Formel ausgedrückt, G wird zu W in Form von Arbeitskraft und Produktionsmittel, durch die Produktion entsteht W' und daraus G'. Stellen wir uns also einen Betrieb vor, der ein Betriebskapital von einer Million Euro in die Produktion investiert hat. Davon werden 600.000 Euro für Rohstoffe, Vorprodukte sowie die Instandhaltung und Neuanschaffung von Maschinen und Werkzeugen investiert. Die erste Summe nennt Marx das konstante Kapital, abgekürzt klein c, weil die Rohstoffe und aufgrund ihres langsamen Verschleißes auch die Maschinen ihren Wert lediglich auf die Waren übertragen und keinen neuen Wert schaffen können. Sie stellen Tote in der Vergangenheit geleistete Arbeit dar. Die zweite Summe, den Arbeitslohn, nennt er variables Kapital, abgekürzt klein v. Denn dieses Kapital wird direkt in lebendige Arbeit investiert und dient unmittelbar der Schaffung von neuen Werten. Während des Produktionsprozesses wächst der Wert dieses Kapitals also an. Nehmen wir an, dass die Arbeiter des Betriebs nur die Hälfte des Arbeitstages brauchen, um den Wert ihrer Löhne zu produzieren. Das heißt, dass sie während der anderen Hälfte des Arbeitstages reinen Mehrwert, abgekürzt klein m, schaffen. Der Neuwert, den sie durch ihre Arbeit schaffen, beträgt dann also 400.000 Euro, die sie als Arbeitslohn ausbezahlt bekommen, und weitere 400.000 Euro, die der Kapitalist als Mehrwert einstreicht. Die Wertsumme der Waren, die die Arbeiter geschaffen haben, lautet dann also C im Wert von 600.000 Euro plus V im Wert von 400.000 Euro plus M im Wert von 400.000 Euro sind gleich 1,4 Millionen Euro. Diese 1,4 Millionen Euro gehören nun zunächst vollständig dem Kapitalisten. Allerdings kann er sie nicht einfach komplett für seinen persönlichen Konsum benutzen. Täter er das, wäre das das Ende seines Unternehmens. Um die Produktion fortzusetzen, muss der Kapitalist nun zuerst die verbrauchten Rohstoffe und Maschinen, also sein verbrauchtes konstantes Kapital, ersetzen. Von den 1,4 Millionen Euro werden also schon mal 600.000 abgezogen. Aber auch die Arbeiter müssen weiterhin bezahlt werden, damit die Maschinen nicht stillstehen. Wenn ihre Zahl und das Lohnniveau gleich bleiben, werden also weitere 400.000 abgezogen. Wir sehen also, um die Produktion auf dem gleichen Niveau aufrechtzuerhalten, muss eine konstante Summe an Kapital immer wieder neu investiert werden. Übrig bleibt dann aber immer noch der Mehrwert. Von diesem Mehrwert kann der Kapitalist nun eine gewisse Sache für seinen persönlichen Luxuskonsum abziehen. Sagen wir 100.000 Euro. Die übrigen 300.000 Euro investiert der Kapitalist erneut in sein Unternehmen, indem er zum Beispiel zusätzliche Maschinen kauft und die Arbeiter einstellt, die diese bedienen. Bleibt es bei demselben Größenverhältnis zwischen konstantem und variablem Kapital, würde das konstante Kapital damit um 180.000 auf insgesamt 780.000 erhöht und das variable Kapital um 120.000 auf 520.000. Da nunmehr Arbeiter an der Produktion beteiligt sind, würde ebenfalls der Mehrwert auf 520.000 steigen. Der Wert der produzierten Waren in der zweiten Runde beträgt dann 780.000 Euro konstantes Kapital plus 520.000 variables Kapital plus 520.000 Mehrwert sind gleich 1,82 Millionen Euro. Wir sehen also, das Geschäft des Kapitalisten ist bedeutend gewachsen. Auch diesen neuen Mehrwert wird er natürlich wieder zum großen Teil investieren. Diese Bewegung kann beliebig oft wiederholt werden und das Kapital kann somit prinzipiell unbegrenzt wachsen. Man spricht hier von der Akkumulation, Anhäufung oder auch Verwertung des Kapitals. Wir können an diesem Beispiel auch sehen, wie hoch der Grad ist, zu dem die Arbeiter ausgebeutet werden. Wir haben hier angenommen, dass die Arbeiter jeweils die Hälfte des Arbeitstages für sich selbst und die andere Hälfte für den Kapitalisten arbeiten, also variables Kapital und Mehrwert gleich groß sind. Das kann sich natürlich in der Realität auch anders verhalten. Die Exploitationsrate, das heißt Ausbeutungsrate oder auch Mehrwertrate bezeichnet genau dieses Verhältnis. Der Mehrwert geteilt durch das variable Kapital, m durch v, in diesem Fall wäre das Ergebnis 1 oder 100 Prozent. Weil der Mehrwert die Quelle ist, aus der die Kapitalisten sowohl ihren eigenen Konsum als auch die Ausweitung ihrer Geschäfte finanzieren, streben sie ständig danach, den Anteil des Mehrwerts an ihrem Kapital zu vergrößern. Dafür gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Erstens können sie die Arbeitszeit verlängern, indem sie den Arbeitstag verlängern oder die Arbeiter auch am Wochenende arbeiten lassen. Der Anteil der Mehrarbeit, dem Teil des Arbeitstages, an dem der Arbeiter Mehrwert für den Kapitalisten produziert, lässt sich gegenüber dem Anteil der notwendigen Arbeit, dem Teil des Arbeitstages, an dem der Arbeiter den Wert seines Lohnes produziert, vergrößern, indem die Arbeitszeit absolut verlängert wird. Das heißt, dass die Arbeiter für den gleichen Lohn länger arbeiten, dass also ihr Stundenlohn gesenkt wurde. Es ist auch möglich, nur den Lohn zu senken, ohne die Arbeitszeit auszuweiten. Wenn der Lohn nur das Existenzminimum abdeckt, werden die Arbeiter dadurch unter diese Grenze gedrückt. Das ist im Allgemeinen nur möglich, wenn es ein Überangebot an Arbeitskräften gibt, sodass die Arbeiter jede Lohnarbeit annehmen müssen, selbst wenn diese nicht zum Überleben ausreicht. Diese Form des Kapitals, sich Mehrwert anzueignen, bezeichnet man deshalb als Produktion des absoluten Mehrwerts. Offensichtlich ist aber die Verlängerung des Arbeitstages nicht unbegrenzt möglich. Der Tag hat 24 Stunden und die Woche 7 Tage. Außerdem braucht der Arbeiter Zeit zum Schlafen, zum Ruhen und zum Essen, wenn er am Leben bleiben soll. Daher ist die Wochenarbeitszeit immer geringer als 7x24 Stunden. Außerdem können Arbeiter sich organisieren und gegen allzu unmenschliche Arbeitszeiten kämpfen, was die Höchstgrenze für den Arbeitstag weiter nach unten drücken kann. Trotzdem wollen die Kapitalisten natürlich ihren Mehrwert weiter steigern und die Konkurrenz untereinander spornt sie dazu an. Die zweite Möglichkeit, den Mehrwert zu erhöhen, besteht darin, das bei gleichbleibender Arbeitszeit zu tun. Wenn die Dauer des Arbeitstages gleich bleibt, kann der Teil des Arbeitstags, in dem Mehrwert produziert wird, nur dann größer werden, wenn der Teil, an dem die notwendige Arbeit stattfindet, kleiner wird. Dieser Teil, an dem die Arbeiter den Wert ihres Arbeitslohns produzieren, kann nur dann kleiner werden, wenn der Wert der wahre Arbeitskraft sinkt, wenn also die Wiederherstellung der Arbeitskraft billiger wird. Der Wert der Arbeitskraft sinkt dann, wenn die Konsumgüter, die der Arbeiter sich von seinem Lohn kauft, um seine Arbeits- und Lebensfähigkeit zu erhalten, an Wert verlieren. Und an Wert verlieren diese Waren dann, wenn die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit zu ihrer Produktion fällt. Wenn also eine neue Produktionsmethode eingeführt wird, die gesamtgesellschaftlich die Produktion von Nahrungsmitteln, Kleidung, Wohnungen und so weiter effizienter und in kürzerer Zeit organisiert, sinkt deren Wert und damit auch der Wert der Arbeitskraft. Durch den Fortschritt der Produktivkräfte ist es dann möglich, den Arbeitern einen geringeren Lohn zu zahlen, ohne sie unter das Existenzminimum zu drücken. Diese Möglichkeit ergreifen die Kapitalisten natürlich gerne, denn dadurch steigt unmittelbar der Anteil des Mehrwerts an ihrem investierten Kapital. Weil damit der Mehrwert steigt, ohne dass der Arbeitstag verlängert wird, spricht man von der Produktion des relativen Mehrwerts. Die meisten Arbeitsprozesse, die zuvor unter selbstständiger Leitung stattfanden, werden mit der Entstehung und Entfaltung des Kapitalismus zunehmend vom Kapital absorbiert und unter das Kommando eines Kapitalisten gestellt. Oft ändert sich dabei aber zunächst der Arbeitsprozess selbst nicht oder kaum. In diesem Fall spricht Marx von einer bloß formellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital. In anderen Fällen ist es hingegen so, dass durch die Unterordnung der Arbeit unter das Kapital auch der Arbeitsprozess selbst verändert wird, um dem Profitziel und der Akkumulation des Kapitals bestmöglich zu entsprechen. Die Arbeiter produzieren also disziplinierter, regelmäßiger, mit besserer Arbeitsteilung und so weiter, sodass die Kapitalisten mehr Mehrwert aus ihnen herauspressen können. Dies nennt Marx die reelle Subsumption unter das Kapital, da eben nicht nur der Form nach die Arbeit untergeordnet wird, sondern tatsächlich auch in den Arbeitsvorgang eingegriffen wird. Die reelle Subsumption unter das Kapital geht vor allem mit der Produktion des relativen Mehrwerts einher, weil dabei, anders als bei der absoluten Mehrwertproduktion, Produktionssteigerungen stattfinden. Kehren wir also zurück zum Begriff des relativen Mehrwerts. Produktionssteigerungen in der Konsumgüterindustrie haben für das Kapital also den angenehmen Effekt, dass sich damit der Mehrwert steigern lässt, ohne die Arbeiter zu mehr Arbeit oder weniger Konsum zwingen zu müssen, was ja in vielen Fällen den erbitterten Widerstand der Arbeiter herausfordern würde. Lohnen sich neue Maschinen für die Kapitalisten also nur dann, wenn sie die Produktion von Konsumgütern verbessern? Das kann offensichtlich nicht sein, denn auch in der Rüstungsindustrie oder in der Produktion von Produktionsmitteln, also Maschinen und Technologie, hat der Kapitalismus gewaltige Fortschritte ermöglicht. Sehen wir uns genauer an, was passiert, wenn ein Kapitalist eine neue Maschine zur Verbesserung der Produktion anschafft. Er kann jetzt mit einer neuen Maschine, zum Beispiel Mähdröscher, von gleicher, womöglich sogar besserer Qualität in kürzerer Zeit herstellen als vorher. Solange er als Einziger die Maschine hat, kann er aber auch in kürzerer Zeit produzieren als alle anderen. Die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit, also der Wert der Mähdrescher, ist dann immer noch hoch, während in seinem Unternehmen die individuell notwendige Arbeitszeit gesunken ist. Der Kapitalist kann seine Produkte nun entweder genauso teuer verkaufen wie vorher und streicht dann einen Extraprofit ein, denn die Produktionszeit und daher auch die Entlohnung der Arbeiter für einen einzelnen Mähdrescher ist gesunken. Oder er kann seine Hemden deutlich billiger verkaufen als die Konkurrenz, nämlich zu dem Preis, der sich aus seinen niedrigeren Produktionskosten plus dem Durchschnittsprofit ergibt. Dann realisiert er zwar keinen Extraprofit mehr, schädigt aber dafür die Konkurrenz. Denn natürlich hat sein billigeres Produkt nun einen Vorteil auf dem Markt und wird eher gekauft werden als die der Konkurrenz. Indem der Kapitalist seine Verkaufszahlen erhöhen kann, kann er somit trotzdem die absolute Profitmasse, die ihm zufließt, erhöhen. Zusätzlich verdrängt er seine Konkurrenten, was langfristig ein größerer Vorteil sein kann als der kurzfristige Extraprofit, der ihm durch die niedrigen Verkaufspreise entgeht. Diesen Vorteil hat der Kapitalist allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt, wo die neue Technologie allgemeine Anwendungen findet und sein Vorsprung somit verschwunden ist. Der Kapitalismus ist eine Wirtschaft, in der es immer viele Kapitalisten gibt, die gegeneinander konkurrieren. Die Jagd nach Extraprofiten und das Streben nach der Verdrängung der Konkurrenten zwingt die Kapitalisten dazu, ohne Pause nach effizienteren Produktionsmethoden und moderneren Technologien zu suchen, die es ermöglichen, Waren in kürzerer Zeit zu produzieren. Dem kann sich der einzelne Kapitalist nicht entziehen. Sonst sieht er sich schnell in einer Situation gegenüber, in der seine Konkurrenten produktiver sind als er und ihre Waren entsprechend billiger zum Verkauf anbieten können. Dieser ständige Trieb der Kapitalisten nach Erhöhung der Arbeitsproduktivität ist der Grund, weshalb der Kapitalismus viel massiver als aller früheren Produktionsweisen die Entfaltung der Produktivkräfte gefördert hat. Das ist das ganze Geheimnis hinter den unglaublichen Produktivitätsfortschritten, die es seit der industriellen Revolution gegeben hat. Gleichzeitig sehen wir aber auch hier schon, wie der Kapitalismus den technologischen Fortschritt im Vergleich zum Sozialismus als der nächsthöheren Produktionsweise behindert. Denn der einzelne Kapitalist will die neue Technologie nur für sich haben und wird so lange wie möglich verhindern, dass seine Konkurrenten sie ebenfalls anwenden und damit seinen Produktivitätsvorsprach neutralisieren. Je länger die Wirtschaft insgesamt rückständig bleibt, desto besser für den Kapitalisten. Aus diesem Grund gibt es das Patentrecht, das einer allgemeinen Nutzung der besten Technologien durch die ganze Gesellschaft entgegensteht. Da der Profit den Antrieb für die kapitalistische Akkumulation darstellt, ist die Neueinstellung und Entlassung von Arbeitskräften ebenfalls davon abhängig, wie die Aussichten auf Profit gerade sind. Das Kapital wirft ständig einen Teil der Arbeiter aus dem Produktionsprozess hinaus, weil es für sie keine profitable Beschäftigung findet. Die Masse der Arbeiter, die zur Arbeitslosigkeit gezwungen sind, also ohne Lohn und Brot dastehen, nennt Marx die industrielle Reservearmee, weil sie für den Kapitalisten eine Reserve darstellt, die sie im Aufschwung wieder einstellen und in der Zwischenzeit zum Drücken der Löhne einsetzen können. Je weiter entwickelt die kapitalistische Produktionsweise ist, desto größer wird nach Marx die industrielle Reservearmee im Verhältnis zu den Arbeitern, die Lohnarbeit verrichten. Und mit dieser großen industriellen Reservearmee, diesem permanenten Anteil der Arbeitslosen in der Gesellschaft, sind auch zunehmend Armut und Elend verbunden. Marx nennt das, Zitat, das absolute allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation, das Kapital. Textbox Relative oder absolute Verelendung der Arbeiterklasse? Es gab in der Arbeiterbewegung immer wieder Diskussionen darüber, ob die Verelendung der Arbeiterklasse, die nach Marx durch den Kapitalismus notwendigerweise stattfindet, absolut oder relativ zu verstehen ist. Relative Verelendung bedeutet, dass der Anteil der Arbeiterklasse am Reichtum der Gesellschaft ständig abnimmt, also immer mehr Reichtum bei der herrschenden Klasse konzentriert wird. Marx schrieb dazu, Zitat Anfang, Das Gesetz endlich, welches die relative Überbevölkerung oder industrielle Reservearmee stets mit Umfang und Energie der Akkumulation in Gleichgewicht hält, schmiedet den Arbeiter fester an das Kapital als den Prometheus die Keile des Hephaestus an den Felsen. Es bedingt eine der Akkumulationen von Kapital entsprechende Akkumulationen von Elend. Die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol ist also zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer Degradation auf dem Gegenpol, also bei der Arbeiterklasse. Und Je größer aber diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafter die konsolidierte Überbevölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die Lazarusschicht der Arbeiterklasse und ihre industrielle Reservearmee, desto größer der offizielle Pauperismus. Das Kapital Band 1 Lenin betont, dass es sich dabei um eine absolute Verelendung handele, in dem direkt der Lebensstandard der Arbeiterklasse immer weiter sinkt. Zitat Anfang Der Arbeiter verelendet absolut, das heißt, er wird geradezu ärmer als früher. Er ist gezwungen, schlechter zu leben, sich kerklicher zu ernähren, sich immer weniger satt zu essen, in Kellerräumen und in Dachstuben zu hausen. Zitat Ende Die Verelendung in der kapitalistischen Gesellschaft Dagegen wird heute oft darauf verwiesen, dass mit der Entwicklung des Kapitalismus zwar durch den Anstieg der Mehrwertrate eine relative Verelendung zu beobachten ist, jedoch nicht insgesamt ein absolutes Absenken des Lebensstandards. Zwar gäbe es verschiedene Tendenzen zur absoluten Verelendung, zum Beispiel Zunahme der Arbeitsintensität, von arbeitsbedingten Krankheiten, tendenzielle Verschärfung von Krisen und Kriegen und so weiter, aber auch Gegentendenzen. So würde durch den Fortschritt der Produktivkräfte auch die Arbeiterklasse langfristig gewisse Verbesserungen ihres Lebensstandards erfahren, wenn auch nicht proportional zum Anstieg des gesellschaftlichen Reichtums. Damit wird nicht nur die These einer allgemeinen, absoluten Verelendung infrage gestellt, sondern auch die entgegengesetzte Position des Revisionisten Eduard Bernstein, der davon ausging, dass es im Kapitalismus ein stetiges Ansteigen des Lebensstandards der Arbeiterklasse geben könne. Zudem wird auch oft infrage gestellt, dass die entsprechenden Aussagen von Marx, siehe oben, im Sinne eines allgemeinen Gesetzes zur absoluten Verelendung zu interpretieren sind. Die Diskussion darüber, ob es im Kapitalismus zwangsläufig zu einer absoluten Verelendung kommt, können wir an dieser Stelle jedoch nicht darstellen und auch nicht klären. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020